Jetzt treffe ich Anja Wicker. Sie ist Sportmanagement-Studentin und zeigt mir hoffentlich, wie man den Fitnessplan so organisiert, dass man derart erfolgreich ist wie die 22-Jährige. Anja, Menschen, die keinen Sport machen, was würdest du denen sagen? Ärsche hochkriegen und bewegen. Es macht so viel Spaß. Man muss ja auch nicht im Leistungsbereich sein, kann doch einfach hobbymäßig sein. Einmal, zweimal in der Woche mit einer Gruppe zusammen rausgehen. Da muss es nicht um Leistungsgedanken gehen, einfach Leute kennenlernen, Spaß haben und dabei ein bisschen gesund leben. Ich bin bekennender Sportmuffel und Anja wird mir jetzt zeigen, wie ich das ändern kann. Sie zeigt mir nämlich einige Übungen. Was genau wird das sein? Ich zeige dir die Grundbewegung im Skilanglauf der Sitzschlittenfahrer. Okay, das klingt interessant. Wir werden es ausprobieren. Langsam fängt es an, mir auf dieser Sportveranstaltung Spaß zu machen. Anja hat mir ja schon gezeigt, wie man richtig lang läuft. Und jetzt bin ich auf mein Treffen mit Nachwuchssportler Nico Messinger gespannt. invers Saat mir jetzt? If nicht, soccerませ ich dieks transmit�나? Okay, ciao. Hier gew 197 shield.